Toll, ich hatte gar nicht auf Aufnahme gedrückt, wo Fred hier hinkommt und dieses blöde Scheißteil, der sich geholt hat und Barney fast runtergeschmissen hat. Barney, oh, das ist immer so gefährlich sieht das aus. Gerade wollte Fred dich runterschutzen. Mit diesem blöden Teil hier. Hier mal lieber nach unten mit. Oh, das sah echt gerade gefährlich aus. Weil es geht ziemlich tief runter, ne? Also echt, schau, dass ich das nicht... Naja, okay, es sind immer noch minus... Ich müsste das jetzt hier machen. Bei minus, ey, plus drei Grad oder so. Also, ihr seid bescheuert. Also, sowas ähnliches gab es vorhin auch schon. Freunde, es fällt gleich einer runter. Und die Ärzte sind jetzt nicht da. Das ist eine irre Vertretung. Oh, nicht! Oh, nicht! Nicht dahin! Fred! 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 Es ist Schluss! Meine Güte! Was wär's noch? Boah! Peter! Ja, ich bin diskutiert Vielen Dank.